Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslus. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Thurgau. Meitli tüftelt mit Meitli unter dem Motto startet der heutige Workshop von tüfteln.ch Mein Name ist Roland Weimann. Ich arbeite hier im Ausbildungszentrum der Swissmechanik Thurgau und leite heute den Workshop, der unter der Kooperationsplattform tüfteln.ch läuft. Unsere Teilnehmerinnen sind alle zwischen 10 und 12 Jahre alt und lernen heute, ein Chaossel aus Metall zusammenzubauen. Betreut werden unsere Meitli von waschechten Profis, die Polymechanikerin oder Konstrukteurin lernen. Jedes Karussell hat verschiedene Figuren, die sich um die eigene Achse drehen. Und jetzt, wie es die Figuren gestaltet, dort dürfen unsere Meitli die Fantasie spielen lassen. Wir möchten mit diesem Workshop den Meitli die Faszination für die Technik näher bringen und danken Swisslus für diese tolle Unterstützung. Die...